Und willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und ja, mal gucken, was hier jetzt für komische Monster... Was ist jetzt hier? Bestimmt ein Geist. Irgend ein Geist wird es sein, ganz sicher. Eine junge, lebendige Seele geht an Bord meines Geisterschiffs. Das muss mein Glückstag sein. Ich bin hier, um für die Seelen von Käpt'n Schwarzhauer und seine Crew zu kämpfen. Lass sie in Ruhe. Ich werde zusehen, wie dieser aufgequollene Seehund und seine Keksfresser mein Deck bis in alle Ewigkeit schrubben. Bereite dich auf ein Schicksal vor, das vielleicht schlimmer als der Tod ist, du kleiner Wicht. Okay. Davy Jones. Au. Boom. Ja, Stimme. Oh. Okay, der flitzt mir ein bisschen zu viel durch die Gegend. So viel Geschirr hintereinander. Okay, 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 okay. Das kriegen wir hin. Einfach auf ein neues. So. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ey, das war aber ein Treffer. Das zählt nicht. Das zählt. Das zählt nicht. Das gemüse an der Sache ist echt die Tatsache, dass der Schiff noch die ganze Zeit bewegt. Ja, okay, auch ein neues. Und diese ganzen Drecksviecher dann noch unterwegs sind. Ah. Ja. Ach, jetzt lassen sie hier jetzt einen... Kann es sein, dass man so eine Art Easy Mode freischaltet, sobald man irgendwie... Sobald man irgendwie zu oft gestorben ist. So. Hä? Besiegt. Hey, er hat den Stab liegen lassen, mit dem er seine Schergen herbeigerufen hat. Das ist cool. Und was habe ich jetzt? Oha, bitte sag mir, dass dieses vergammelte alte Schiff jetzt nicht sinkt. Ich werde auf keinen Fall schnell genug hier rauskommen. Hey, Landratte, diesem ruchlosen Seeröber hast du es aber gezeigt. An deiner Stelle würde ich den Stab benutzen, um hier zu verschwinden. Halte X gedrückt, bis er glänzt und dann lässt du los, um mein Portal zu öffnen. Okay. Ich will dieses Herzchen haben. Braver Junge. Ab mit dir durch das Portal, bevor du auch zum Geisterpiraten würdest. Wir sehen uns am Strand. Okay. Ah, deswegen gab es hier wahrscheinlich auch keine Secrets oder so. Eva Thiel. Gute Güte, ich dachte, du wärst schon Fischfutter. Ich wusste, dass du das schaffst. Wir werden dir ewig dankbar sein, mein Junge. Tu, was dein alter Käpt'n dir gesagt hat, Percy. Er hat das verdient. Jawohl, Käpt'n. Lebt wohl. Nimm das. Keine Ahnung, wofür das ist, aber der Käpt'n meinte, du wirst es eines Tages dringender benötigen, als ich. Was für ein weißer Mann er war. Ein Schlüssel. Aha. Ich habe keine Ahnung, wie Percy an diesen Schlüssel gekommen ist, aber anscheinend lässt sich damit das Sanktum im Dorf Lupia eröffnen. Danke. Was hast du denn jetzt vor, Percy? Ich glaube, ich suche mir jetzt eine hübsche Braut. Der alte Percy ist nämlich nicht gern allein. Es wäre einfacher, wenn ich diesen Teleportationsstab hätte. Mit ihm kann jeder beliebig oft von jedem Ort aus in dein Dorf zurückkehren. Wirklich fantastisch. Den hätte ich früher haben sollen. Na dann, man sieht sich. Ich wünsche dir, mach zum Schurkbruch für den Rest deines Abenddorfs. Goil. Okay, erstmal hier die Life-Points regenerieren. Und... Ja, okay. Schweineinpopper brauchen wir nicht mehr. Und ab geht's. Aha. Jetzt kann ich mich hier wild durch die Gegend teleportieren. Ich glaube, ich nutze mal die Zeit und teleportiere mich hier rüber, weil... Ähm... Wir hier unten nämlich sicherlich noch das ein oder andere zu entdecken haben. Und jetzt, wo wir hier auch fröhlich durch die Gegend Sachen machen können... Ah, hier kommt man hoch. Uh, Herzcontainer. Das ist ganz ruhig und einiges cooler geworden hier. So. Den Tomber... Wie gesagt, wir haben jetzt hier ein bisschen Spielzeug. Wir können hier halt verschiedensten Spaß machen. Nein! 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 Ach, dammit. Okay. Ein paar Zentimeter zu weit. Und... Nein! 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 Fuck! Naja, zumindest diese kleine Passage haben wir. So, jetzt sind wir hier... Jetzt sind wir hier... Jetzt sind wir hier... Die Frage... Was können wir denn hier machen? Vielleicht können wir... Fuck! Okay, mit dem... Das war irgendwie nicht... Gut... So... Nee! Nee! So, jetzt aber... Also, wir können hier irgendwas machen... Die Frage ist halt eben... Was? Okay, mit dem... Treiben wir auch nur nach oben. Das heißt... Wir haben keine Chance. Irgendwas fehlt uns hier noch, um hier weiter zu kommen. Ärgerlich. Aber trotz allem... Warum? Trotz allem... Vielleicht... Von der anderen Seite. Das kann natürlich auch möglich sein. Wenn wir das mal machen... Wie? Okay... Wie? 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 nasa? Hier... Hier oben zum Beispiel... Aber hier hätte man wahrscheinlich auch einfach kennen können oder sowas... Was haben wir hier? Okay. Ah, hier ist diese Kiste. Aber da weiter rechts, ähm, oder weiter links, besser gesagt, weiter links im Westen, da ist auch noch irgendwas. So. Okay, hier haben wir uns nichts. Boah, okay. Hopp, hopp. Oh, Mann. Richtig ätzend. Wie schlecht ich doch umstelle. So, jetzt frage ich mich, ob hier immer noch diese Pflanze ist. Moment, kann ich hier, ne, hier kann ich nicht drauf. Ist nicht, wie gesagt, echt gar nicht, Moment. Da rechts im Osten hätte ich doch hochgekonnt. Sorry, dann muss ich hier nochmal zurück. So, und zwar da, wo der Safe-Spot ist, da kann man dann trend. Ich bin noch nicht da, jetzt bin ich aber gleich da. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Nee, hier nicht. Noch ein Stück weiter. Hier ist irgendwas. Ich bin bestimmt hier hoch. Aber da komme ich irgendwie nicht hoch. Dazu fehlt mir noch irgendwas. Okay. Dann will ich mal hier schnell wieder weiterlaufen. Ich muss es mir aber auch schlechter machen, als ich bin. Wir kommen der Sache immer näher. Genau, hier waren wir schon mal. Das ist schon ewig und drei Tage her. Okay. Ich frage mich echt, was es hier am Anfang noch krass gibt. Okay, hier war es nicht mehr. So, hier war noch der Tutorial. Hier sind wir nämlich wirklich fast am Start angekommen. So, hier war es nämlich. Hier hat unser Abenteuer angefangen, quasi. Oh. So, unser Haus. Mal gucken, ob es hier drin irgendwas gibt. Was? Da ist man mal kurz mal nicht da? Und dann sowas? So, aber hier kann man tauchen. Und. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier einfach Bomben werfen können. Nee, Bomben sind nix. Schade. Wuh. Ah, aber hier kommen wir als Schlange durch. Sehe ich gerade. Oder auch nicht. Schade. Na gut. Na gut. Auf zum Frosch. Und äh. Weiter im Programm. Aufladen. Und flitzi Bus. Ab ins Dorf. Lupia. Wir waren ja ziemlich viel unterwegs, bevor wir hierher gekommen sind. Aber hier können wir immer noch nichts machen. So. Außerhalb ordentlich Kunde sammeln. Ich laufe hier gerne durch die Gegend, einfach nur um zu gucken, ob es hier noch irgendwas cooles gibt. Bumm. Okay, sprechen wir mal eben kurz mit ihm hier. Ich trau meiner Schnur an nicht. Du hast noch eine Kugel gefunden. Der König darf dich nicht in dieser Gestalt sehen, sonst wird er neidisch. Jetzt sind wir der Rettung meines Onkels und der Rückverwandlung des Dorfes einen Schritt näher gekommen. Was steht in den Archiven über die nächste Kugel? Sieht so aus, als müsstest du dich in den Vulkan im Nordwesten des Dorfs wahren. Wie ein Vulkan. Aber verbrenne ich darin nicht bei lebendigem Leib? Nur wenn du in der glühenden, heißen Lava baden gehst. Also pass auf, wo du hin trittst. In den Archiven steht, dass du den alten Dorfturm erklimmen musst, um den Vulkan zu erreichen. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Woanders habe ich gelesen, dass die alten Helden gerufen werden und einen den Weg weisen sollen. Oder sowas in der Art. Hm. Okay. Aber das ist zumindest schon mal eine Ansage mit, äh, oder eine Sache, mit der können wir arbeiten. Was mit dir? Im Verloren-Tempel, äh, gibt es viele Fallen und, äh, la, Geheimnisse. Nur Professor Lavarat, äh, Leverat, ist neugierig genug, die er zu erkunden. Apropos, ähm, irgendwo hier, muss da noch diese Düse rumgeistern. Gehen wir die... Gehen wir die... Okay. Mit hier, dann ist man da lang. Uh. Achso. Hier können wir neue Sachen verbessern. Tschüss. Aber hier können wir neue Sachen kaufen. Das ist gar nicht so viel Pferd. Was haben wir hier Schönes? Hinter diesen bequemen Stiefeln verbirgt sich eine gewaltige Macht, aber man braucht einen Verbesserungskristall, um sie zu erwecken. Ähm, man sagt, er trägt, ähm, wer sie trägt, schwebt wie eine Feder. Okay. Ähm. Weil diese Explosionsschäden mich mega abnerven, nehm ich lieber das dazu. Woo! Abmarsch! Geschwind! So, Moment. Mit dir möchte ich reden, denn ich hab noch einige, einige, einige neue, ähm, die ersten sind, Notenrollen gefunden. So. Elf Notenblätter fehlen noch. Aber, na, gar nicht so schlecht. So. Hier können wir jetzt rein, ne? Jawoll! Ausgezeichnet. Dann wollen wir hier mal durch. Oh. Na, guck mal in der Schau. Irgendwie kann ich hier hochklettern. Ach, ha. Na, also. Ah, okay. Ich verstehe. Eins, zwei, drei. Auf Schweinchen wechseln. Auf Feuer wechseln. Und... Äh. Naja. Hätte schöner sein können. Aber egal. Funktioniert. Einmal bitte auf. Froschi wechseln? Ah, Moment. Habe ich nicht ein neues Schild? Was machen die nochmal? Doppelsprung. Ah. Nee. Ich habe mich vertan. Ich dachte, ich hätte was Neues hier. Bon. Manu? Was hat das jetzt gemacht? Da hinten ist jetzt eine Tür. Na, jetzt werde ich aber neugierig. Wo diese Tür ist. Ich glaube, das war in diese Richtung. Dass da mir so Ostab in diese Richtung laufen müsste. Ja, hier ist auch irgendwas. Und zwar irgendwie so zum Drehen sowas. Moment. Okay. Was ist das mit dir? Geht in dem alten Turm irgendetwas vor? Schade, dass ihn seit einiger Zeit niemand mehr betreten darf. Ha. Ich bin ein bisschen unsicher. Was hier abgeht. Also irgendwie ist da jetzt eine Tür. Aber irgendwie... seltsam seltsam seltsam. Okay, hier ist auch irgendwie nichts. Wait a moment. Also irgendwas fehlt hier noch. Moment. Gucken wir mal auf die Karte. Ah. Okay. Wir müssen irgendwie diesen Turm erklimmen anscheinend. Die Frage ist nur, wie wir dort hochkommen. Bei uns fehlt ja hier eindeutig... Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein fucking Elevator. Äh. Äh. Okay. Das Dorf Aria. Hm. Aufsuchen nach Lupia. Was sind das hier für Kreaturen? Menschen? Figuren? Rede mit mir. Hallo. Du bist sicher hier, um die fantastische Eisausrüstung unseres Dorfes zu bewundern. Ui. Was ist daran besonders? Es überrascht mich nicht, dass du es nicht weißt. Eisausrüstung ist absolut angesagt. Um solch handwerkliches Geschick wertschätzen zu können, nötigt man ein wenig, wie sagt man, klasse. Äh. Aber warum es... Äh. Warum sie gut ist, weiß ich immer noch nicht. Wie beschämt für dich. Eisausrüstung sieht nicht nur magnifik aus, sie eignet sich auch. Für das Erkunden extrem heißer Umgebung. Man würde meinen, jeder würde sie kaufen. Aber au contraire. Die meisten sind zu geizig dafür. Wirklich schade. Okay. Ähm. Mal gucken. Was ist hier so komisch, es gibt alles. Äh. Regenbogentropfen. Besteht aus einer speziellen Zauberung. Und eine absolute... Okay. Okay. Nö. Nothing. Also wir laufen hier mal kurz hoch. Und gucken, was wir hier in diesem Oellendorf noch haben. Ja, hier können wir nur unsere Lebenspunkte aufrüsten. Hm? Nö, nein, nö. I don't need this here. So. Aha. Ein Teleporter. Bling. Dankeschön. Redest du mit mir? Nein, du willst auch nicht mit mir reden. Zu traurig aber auch. Ah, sehr gut. Hier gibt es Kohle. Hier gibt es definitiv einen Weg nach oben. Aber hier führt mich bisher noch nicht... Da unten gibt es noch eine Stelle, die wir noch nicht gesehen haben. Da gehen wir nochmal lang. So, wer weiß. Aha. Ein Schmied. Und ein Waffenhändler. Mal gucken, was der so liefert. Ah, sehr schön. Eine zuverlässige Ausrüstung für wackere Ritter auf ihren Abenteuern. Sie können sich verbessern, um immun gegen Verwirrungseffekte zu werden. Ist immer cool. Frostige Rüstung aus seltenen Kristallen geschmiedet. Und reduziert jeglichen erlittenen Feuerschaden. Hm, not bad. Ja, komm. Nehmen wir mit. Warum eigentlich auch nicht? Ich meine, immerhin... Wollen wir jetzt in einen Vulkan gehen? Da ist es nicht verkehrt, sich nochmal ein bisschen... ...besonders auszurüsten. Aha. Hier ist auch nochmal irgendwas. Da oben. Eine Kiste war da. Aber an die komme ich nicht dran. Nee, nee, nee. Das wird nichts. Na gut. Dann gibt es nur einen Weg. Und zwar den Weg. Hier entlang. So. Himmel über Eria. Kann ich hier... Oh wei. Das war jetzt schon ein bisschen... ...unheimlich. Ey, das war gemein. Das ist immer noch gemein. Alter. Übertreibt uns mal je Drecksfücher. Da kommt doch gleich wieder so einer. Oh, hier ist... Ah, der bewegt sich. Wow. Das ist ein bisschen unheimlich an dieser Stelle. Hier Sachen zu haben, die sich bewegen. Ah, was habe ich denn hier schön? Irgendwelche Stiefel. Okay. Was bringen wir mit diesen Stiefeln? Mit diesen Stiefeln wirst du leicht genug, um auf Wolken zu gehen und Doppelsprücken auszufüllen. Beides sogar. Geil. Her damit. Hupp, hupp. Na denn. Bounce. Damit bin ich... ...auch ein kleines Stückchen weiter. Ne. So, hier ein bisschen Vorsicht. Höpp, höpp. What the... Wie gemein. Aber okay. Bisher sieht noch alles ganz süß aus. Oh. Echt jetzt? Aber ich kann hier schon mal auf unseren Freund, den Löwen wechseln. Genau deswegen. Oh. Bin ich hier nochmal auf und so. Höpp. Wow. Alter ist das gemein. Was soll ich denn das wissen bitte? Und vor allem... Wie gemein ist das denn bitteschön? Boah. Wie ich hier echt einen Doppelsprung brauche. Okay. Aber jetzt wissen wir es ja. Mieses Ding. Man muss hier echt aufpassen, auf welchen Wolken man laufen kann und auf welchen nicht. Vor allem kommen jetzt diese scheiß Pelikan-Viecher wieder. Aber zumindest geben die diesmal Lebens... äh... irgendwelche Sachen und Lebenspunkte tatsächlich auch. Boah. Spinner. Blöde Spinner. Ich heiße Spinnen. Aber hier sieht es schon einiges freundlicher aus. Definitiv. Das ist freundlich. Hier lohnt es sich auch einen Cut zu machen. Bis zur nächsten Folge. Und... so. ... ... ...